O919 zu einer mal wieder, glaube ich, sehr notwendigen VfB-News-Folge. Wieder einiges hier vor mir, ihr wisst ja jetzt mal aus Neuem, sag ich, wird lange, aber ja, mal gucken, wie lange es diesmal wird. Viel wieder einige, einige Links hier zusammengesammelt, einige Themen zusammengesammelt, wieder ein bisschen kategorisiert natürlich. Und natürlich auch wie immer alles in einem Sammellink in der Videobeschreibung drin und natürlich wie immer auch gerne eure Meinung zu allem, was ich hier so bespreche, anspreche, in die Kommentare. Wir fangen an mit Verein, so als Überkategorie und die erste Unterschrift quasi wären Zahlen 22, 23. Ein bisschen was vom Kicker und ja, hier haben wir es erstmal U23-Spieler, nach Minuten sind wir auf Platz 4. 16 Spieler haben fast 11.000 Minuten bekommen in der Saison, Platz 4 in der Bundesliga, wie bei uns noch Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen auf Platz 1. Nochmal Kicker, wir haben die Chancenverwertung, es tut weh, tut weh, aber ist notwendig, wir sind auf Platz 17. Platz 17 der Chancenverwertung, 179 Chancen, 25,1% Verwertung. Noch schlechter ist nur Schalke, über uns Bochum, Köln über uns, Hoffenheim, Hertha, Leipzig sogar auf 12, was auch nicht so gut dabei. Aber ja, das ist so ein leidiges Thema, das wir seit Jahren mitschleppen. Einfach ein bisschen mehr Chancenverwertung, weil man sieht hier unten 179 Chancen. Wenn ihr die Abstiegskonkurrenz anschaut, Schalke 147, Bochum 155, Hertha 153, da hängt noch unten mit drin, der jetzt ein bisschen weiter oben ist. Augsburg, das ist halt krank, Augsburg ist auf Platz 1. 113 Chancen, aber eine 37,2% Verwertung. Also siehst du mal, wir kreieren viel mehr Chancen als die ganze Konkurrenz da unten. Gut, Hoffenheim auch bei 178, aber hier nutzen sie halt nicht. Mafropanos unantastbar ist hier in der schönen Slideshow vom Kicker drin. Geht um die Zweikampfquote und Mafropanos auf Platz 1 67,1% gewonnen, Zweikämpfe im Schnitt. Die Nummer 1 hinter ihm kommt Jonas Hector, Pavard auf 3, Julian Weigl auf 4, Schlauterbeck auf 5. Und der Kicker hat natürlich wie immer so ein bisschen seine Rangliste gemacht, sein Ranking gemacht, wo man auch da sagen muss, ohne jetzt irgendwie, ich finde Kicker immer noch sehr seriös und eine gute Quelle. Aber die Ranglisten sind irgendwie echt in den letzten Jahren immer, immer komischer. Und ich glaube, immer weniger Leute nehmen die richtig ernst. Trotzdem, auf Platz 10 nationale Klasse als Innenverteidiger haben wir Hiroki Ito. Und im Mittelfeld noch auf Platz 6 internationale Klasse haben wir Wataru Endo, die beiden Japaner. Und sonst, ich habe keinen anderen mehr gesehen, haben wir keinen in jeglicher Kicker-Rangliste dabei. Also auch zum Beispiel kein Borna Sosa als Außenverteidiger. Heißt nur Ito und Endo da in den Rankings drin. Marktwerte-Updates ist das nächste Thema, der nächste Unterpunkt kam ja jetzt raus. Da haben wir natürlich einige Gewinner dabei, aber auch ein paar Verlierer. Auch Verlierer, die ein bisschen wehtun. Nämlich zum Beispiel Borna Sosa ist von 15 Millionen Mark auf 12 Millionen runter. Ich habe es schon mal angesprochen hier, dass wir uns, glaube ich, da auch ein bisschen entfernen sollten von allzu hohen Erwartungen, was die Ablösesumme bei Borna Sosa angeht, dafür umso geiler, dass zum Beispiel ein Hiroki Ito jetzt von 7,5 Millionen Marktwert auf 10 hoch ist. Der Mann hat jetzt einen 10 Millionen Marktwert. Der Mann kam letztes Jahr im Sommer für, was war es, 300.000, 400.000 Euro war die Kaufoption. Jetzt hat der Mann 10 Millionen Marktwert. Also das ist krass. Wird, glaube ich, für immer so ein bisschen der Aushängeschild Missinter-Transfer bleiben beim VfB, zumindest für mich auf jeden Fall. Der Unterschied ist einfach komplett krank. Gerasi auch 9 Millionen gekauft. Jetzt hat er einen 10 Millionen Marktwert und ist hochgegangen auf 14 Millionen. 14 Millionen Marktwert. Ich glaube, nur um Afropan ist es da noch drüber. Ich glaube, der zweite Hörster, der bei uns im Kader, wenn ich mich gerade nicht vertue. Silas von 10 Millionen auf 8 runter. Der geht immer, immer weiter runter. Nochmal zwei geile Wagnermann von 5 Millionen auf 8 Millionen hoch. Richtig, richtig schön und natürlich auch brutal wichtig. Mio ist von 2,5 Millionen auf 7 Millionen hoch. Richtig starkes Ding. Die ganzen Downgrades kannst du verstehen. Da ist auch jetzt nirgends ein Riesenunterschied da. Haraguchi von 2 auf 1 Million. Chil Diaz von 2 auf 1,5 Millionen. Alles okay. Was ich noch nicht verstehen kann. Karasor hat 4,5 Millionen Marktwert gehabt. Jetzt ist er auf 4 runter. Verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß halt nicht, an was für Parametern die das alles da messen und berechnen ihre Marktwerte. Wie gesagt, Transfermarkt.de gibt ja verschiedene Seiten, die Marktwerte machen. Aber warum der eine halbe Million verloren hat, obwohl er so eine wichtige Rolle gespielt hat in der Saison, verstehe ich nicht ganz. Sagadu auch nochmal weiter runter. 3,5 Millionen auf 2,5 Millionen runter. Und hier hat es einer mal auch aufgeführt. Und tatsächlich ist ja auch richtig, Sosa und Silas hatten mal beide zusammen einen Marktwert von ca. 50 Millionen. Jetzt sind es knapp 20 Millionen. Also gerade bei Silas ist es echt so ein bisschen, ich mag den Kerl. Ich glaube, der Kerl ist auch 100% beim VfB und so. Und er hat immer gesagt, er bleibt. Und dann zwei Nieder wird er bleiben. Und Gehalt verzichtet haben alle schon gelesen damals. Aber mal gucken, ob der wieder so richtig mal in der Spur findet. Weil da dachte ich auch irgendwann, boah, das ist der nächste Riesentransferabgang. Ist er wieder runter. 8 Millionen, immer noch ein guter Marktwert. Aber der muss schon langsam wieder irgendwie, keine Ahnung, zu Potte kommen, finde ich. Also mal gucken, wie es mit Silas passiert nächste Saison, was da passiert. Sosa leider auch. Ist gar nicht wegen Leistungen. Er hat auch eine ordentliche Saison gespielt. Aber Mario geht immer weiter runter. Es ist gemerkt, dass es jetzt 10, 12 Millionen, die im Winter geboten wurden für ihn von Leverkusen. Ich glaube, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen verabschieden von den allzu hohen Erwartungen bei Sosa, was die Transfersumme angeht, die er einspielen könnte. Trikot und Sponsor ist das nächste große Thema und auch die nächste Unterschrift hier quasi. Die 10 Millionen Frage hat er geklickt, weil Mercedes-Benz Bank nicht mehr bei uns auf dem Prostring sein wird. Und die haben eben etwa 10 Millionen Euro gezahlt für diese Trikotsponsoring. Interessant ist hier, es soll jetzt wohl was passieren. Es soll wohl was passieren. Wir haben hier Ricky Parr mit drin. Gleich auch noch ein bisschen, ich sag mal, Twitter-Gerüchte mit drin. Nächste Woche hat er geschrieben mit einem Zwinker-Smiley. Andere, wie gesagt, Quelle Twitter, Quelle Twitter-Insider. Also muss nicht immer alles stimmen. Aber scheinbar soll am 29.06., also am Donnerstag, soll das Trikot vorgestellt werden. Und gleichermaßen, wenn du da das Trikot vorstellst, auch mit Sponsor. Sehr interessant ist hier auch, wie gesagt, Quelle Twitter-Insider. Also muss nicht stimmen. Aber scheinbar ist es so, dass unser Wappen wieder in der Mitte ist. Also quasi wahrscheinlich wieder am Brustring mäßig. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Sponsor ist fix, wurde auch da geschrieben. Macht ja auch Sinn, wenn Ricky sagt, Ricky Palm sagt dem vielleicht manche mehr Vertrauen, als einfach nur eine Twitter-Insider-Quelle quasi. Aber der hat auch gesagt, nächste Woche und sowas. Trikot wird wohl aussehen, hatten wir auch mal hier drin in der VfB-News-Folge, glaube ich. Trikot wird aussehen wie die Dauerkarte. So war das so ein Gedanke. Letztes Jahr war es doch so, vielleicht ist das Jahr auch wieder so. Ist so. Also das Trikot soll wohl so aussehen oder so grafische Design-Elemente haben, wie die Dauerkarte, die man sehen kann im Dauerkartenverkauf. Diese Nadel-Elemente da. Und sehr interessant, natürlich je nachdem, wie das Trikot aussieht und natürlich auch je nachdem, wie teuer das Trikot wird, wäre das, glaube ich, echt mal eine geile Aktion. Es soll scheinbar, wie gesagt, Quelle Twitter, soll scheinbar eine Limited Edition zum Trikot geben. 5.000 Trikots limitiert und das Besondere daran, ohne Sponsor. Das einfach ein VfB-Trikot mit einem roten Brustring ohne Sponsor. Also ich glaube, das ist so ziemlich der Traum von vielen Fans. Es ist ja die Frage, wenn das Trikot, wenn das Wappen in der Mitte ist, wie sieht das dann aus? Ist das geil? Natürlich auch die anderen Design-Elemente, ne? Mit den Nadel-Elementen in Farben. Also je nachdem, wie das Trikot aussieht. Aber ein Trikot ohne Sponsor, weiß-rotes Trikot ohne Sponsor, kann ich mir schon ziemlich geil vorstellen. Das ist natürlich die Frage, wie viel sie dann für so ein Trikot haben wollen. Limitiert, ob du da rankommst und so. Aber auf jeden Fall eine interessante Idee. Und was man auch lesen konnte in einem Stimme.de-Artikel, ist, dass scheinbar das Neckar-Stadion auf dem Trikot sich wiederfinden soll. Die Silhouette des Neckar-Stadions soll sich auf den Trikots wiederfinden, schreiben sie im Artikel. Könnte auch wieder geil sein. Letzte Saison, wie gesagt, ich bin ein Riesen-Fan von meinem Trikot, auch vom dritten Trikot, aber ja beide. Weil einfach diese Silhouetten von den Wahrzeichen und so. Einfach richtig geile Details. Auch, wie gesagt, nicht so richtig in your face, sondern wirklich auch so ein bisschen erstmal beim näheren Blick drauf. Einfach richtig geil. Und ey, diese Nadelelemente könnten mir auch gefallen. Silhouette im Neckar-Stadion, natürlich je nachdem, wie sie es eingebaut haben, aber grundsätzlich auch einfach eine geile Idee. Die Frage ist halt nur, welcher Sponsor? Ist auch immer die Frage, wie sieht der Sponsor auf dem Trikot aus? Plus, bin ich auch ganz ehrlich, gefällt mir das in Kombination mit einem anderen, gefällt mir das, dass das Wappen, wenn es denn stimmt, in der Mitte ist wieder. Und nicht quasi halt auf der Brust, sage ich mal, auf dem Herz oder wie auch immer. Weiß ich nicht, wie geil das wird, aber scheinbar wissen wir es ja dann nächste Woche. Und dann wird vermutlich auch dann irgendwann der Verkauf stattfinden. Gab es auch immer wieder Artikel, so manche haben gelistet, ab dem 1. Juli könnte es sein. Manche schreiben hier, bis Mitte Juni kommt die ersten Jakob-Lieferungen, aber wenn es nächste Woche Donnerstag rauskommt, das Trikot vorgestellt wird, Trainingsstart ist ja auch schon am 6. Juli, wahrscheinlich irgendwann um den Dreh wird es dann wahrscheinlich auch das Trikot dann erwerben können. So, EM und Stadion, der nächste Unterpunkt. Sehr geil auf jeden Fall. Ich meine, gerade ist der Hype nicht da, brauchen wir nicht drüber reden. Gerade ist nicht wirklich der EM-Hype da, so wie die gerade kicken. Ist ein anderes Thema. Aber scheinbar soll es Public Viewing geben in Stuttgart. Public Viewing im Kessel, zurück auf dem Schlossplatz. Soll es Public Viewing geben zur Heim-EM dann im Sommer. Auch auf jeden Fall geil. Und, das hatte ich auch irgendwann mal gelesen gehabt, war mir nicht sicher, ob das stimmt. Jetzt scheint es zu stimmen. Die falsche 9 hat es auch gepostet. Wir sind ja ein Standort mit Stuttgart bei der EM. Und bekommen dann 4 Gruppenspiele, ein Viertelfinale, also 5 insgesamt. Und sie haben die Deutschlandflagge dahinter gemacht. Stuttgart ist einer der Austragungsorte, die ein Gruppenspiel von Deutschland auf jeden Fall bekommen. München, Frankfurt, Stuttgart sind wohl die 3 Gruppenspiele, die von Deutschland stattfinden. Und da, je nachdem wie der Hype da ist, wie die Preise aussehen, ist glaube ich gar nicht mal so uncool. Wenn du schon mal eine Heim-EM hast, wie gesagt, nur ein Viertelfinale. Die Frage, wer dann da zockt. Aber cool auf jeden Fall, dass wir als Stuttgart sind, da werde ich glaube ich auch oft gelobt. Gerade bei den Landspiel-Geschichten oft gelobt, was da für eine Stimmung ist immer in Stuttgart. Auf jeden Fall geil, dass wir auf jeden Fall, so wie es aussieht, hier ein Deutschland-Gruppenspiel garantiert in Stuttgart haben. Und das vielleicht dann auch für einen oder anderen der Optionen, da vielleicht ein bisschen das Sparschwein zu zerschlagen, sage ich mal. Weiter zum Stadion, weil das ist ja auch der Grund, warum wir hier dicke Umbauarbeiten haben, die EM. Die Haupttribüne hat jetzt so die ersten Bilder rausgespuckt, die Haupttribüne. Es gibt jetzt Plätze oder halt die Platzschalen und so weiter wurden schon mal hingebaut. Manche regen sich jetzt ein bisschen auf, weil es irgendwie hässlich aussieht oder weil irgendwo in irgendwelchen Reihen ein bisschen viel Abstand ist und so Geschichten. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, erst bewerten, wenn jetzt den komplett fertig ist. Erst bewerten, wenn jetzt den komplett fertig ist. So wie es gerade aussieht, sieht natürlich ein bisschen komisch aus, so riesen Abstände. Aber kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass das so am Ende aussehen wird. Von dem her, einfach abwarten, wie es am Ende aussieht bei der Haupttribüne. Neue LED-Spielereien, gibt es auch Bilder dazu. Weiß-Rot innerhalb der Arena und von außen halt komplett rot. Ja, ist halt, also ich muss sagen, ist ein cooles Feature. Einfach ein cooles Feature. Natürlich nicht nötig, aber irgendwo im modernen Stadion schon cool. Und auch die Frage, bei welchen Anlassen man sowas bringt und in welchen Farben und warum und hier und da. Aber nichts, was irgendwem wehtut. Also mal mindestens eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und Dauerkarten ist auch schon ein bisschen länger her, die Info. Ist ja immer noch Verlängerungsphase. Dann irgendwann Anfang Juli hier die Wechselfase. Aber da sind wir oder waren wir, weiß nicht, wie es jetzt aussieht, zu dem Zeitpunkt jetzt. Aber wir waren auf jeden Fall mal auf Rekordkurs schon über 10.000 Dauerkarten verlängert. Das war wohl zu dem Zeitpunkt von damals, der Artikel ist hier vom 16.06. der höchste Wert bisher. Das heißt, auf Rekordkurs, ob wir aktuell immer noch auf Rekordkurs sind im Vergleich zu dem Datum jetzt und dem Datum letztes Jahr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schon mal, nehmen wir es mal so mit. Gutes Zeichen, Jungs verlängern, Jungs und Mädels verlängern ihre Dauerkarten. Geile Aktion. Und weil mich da auch immer wieder ein paar Leute fragen, wie es bei mir aussieht. Dachte, ich bringe es mal hier auch mit rein, wen es interessiert. Noch keine Entscheidung gefallen. Ganz einfach deswegen, weil meine Entscheidung ziemlich sicher erst in der Wechselfase fallen wird. Also da irgendwann, man ist das Ganze, ich glaube bis zum 2. Juli kann es verlängern. Dann vom 5. bis zum 9. ist Wechselfase und so. Irgendwie so um den Dreh. Da wird sich es bei mir entscheiden. Ich habe auch die Verlängerungsfrist genommen. Das heißt, ich kann auch bis zum 9. Juli noch meine jetzigen Dauerkartenplätze dann verlängern, sollte ich in der Wechselfase nicht fündig werden. Und ich sage ganz ehrlich, Stand aktuell, habe ein paar Eingrenzungen. Also entweder direkt neben der Kurve, heißt dieses 51,56 mäßig da, dieser blaue Ticketpreisbereich. Entweder da halt geile Plätze finden. Also nicht irgendwie, ums Verrecken, irgendwelche Plätze in Reihe 3 ganz unten oder in Reihe 50 ganz oben. Also wenn dann schon wirklich geile Plätze. Oder halt oben, wenn du im Oberrang bist, natürlich lieber weiter unten, irgendwie Reihe 2, Reihe 3 oder sowas. Oder, was natürlich auch möglich ist, weil es dann wenigstens die gleiche Preiskategorie wäre, wäre eben unter Türkkammerkurve. Aber wenn Unterrang unter Türkkammerkurve dann auch halt so hoch wie nur geht, weil ich war damals, 74b war das, war auch geil so. War eine coole, also Saison nicht, 18, 19 war keine coole Saison mit dem Abstieg. Aber ihr versteht glaube ich, was ich meine, coole Saison. Aber war schon auch tief, so gerade für den Blick nach hinten auf die Kurve oder aufs Tor vor der Kurve schon recht tief. Deswegen, wenn da, dann sehr weit oben oder halt auch da Oberrang, das ist quasi dann die mittlere Preiskategorie. Du bist ja dann bei diesen 360 Euro grob unter Türkkammerkurve, Unterrang ganz normal. Dann bist du da oben Oberrang unter Türkkammerkurve, natürlich auch wieder Oberrang. Dann gerne in den ersten 1, 2, 3 rein. Du bist glaube ich bei 465 oder sowas. Und dann eben direkt neben der Kurve bist du bei 504 Euro, so das sind diese ganzen Kategorien. Und ganz klar ist auch, weil jetzt gibt es ein paar Dinger, du kannst ja auch schon Plätze reservieren, du kannst ja quasi so viele Plätze dazukaufen, auch Zusatzplätze kaufen, wie du willst, so wie es aussieht. Auch schon ein paar Plätze reserviert zur Not schon mal. Also ich hätte ja auch irgendwo zwei Plätze nebeneinander, neben der Kurve gefunden. Im Oberrang unter Türkkammerkurve habe ich ein paar reserviert. Aber es muss sich schon richtig geil anfühlen, die Plätze zu tauschen, damit ich die in der Kurve abgebe. Sag ich es mal so ganz einfach. Und da ist bisher noch nichts, was mich krass abholt. Also Oberrang unter Türkkammerkurve wäre easy, da hätte ich Plätze, die ich geil finden würde. Noch mehr schiele ich auf geile Plätze da in Richtung 51, Block 51. Und da gibt es noch nicht so viel, weil eben deswegen Wechselfase aktuell ja alle noch Verlängerungsphase haben. Das heißt nur die, die eben noch nicht ihre Dauerkarten gelöscht haben oder ihre Dauerkarten schon verlängert haben, haben sie halt bei sich gerade reserviert. Das heißt, sie sind nicht freigegeben. In der Wechselfase wird es sehr, sehr viel mehr freigeben sein, als jetzt in der aktuellen Verlängerungsphase. Das heißt, da würde ich gucken, was noch so frei wird, ob man sich da was Geiles holen kann. Das ist einfach eine ganz große Bauchgefühl-Sache. Wenn ich dann merke, ah, gibt jetzt keine neuen Dauerkartenplätze in den Kategorien, wo ich Bock drauf habe, wo ich sage, boah, die sind richtig geil, die nehme ich. Dann verlängere ich lieber die krassen Plätze in der Kurve, weil es ja auch nichts Neues. Da wird es immer schwer sein, dran zu kommen an so mittige Dinger da im Sitzplatzbereich. Es wird immer sehr schwer, dass so ein bisschen mein Update zur Dauerkarte, falls es jemanden interessiert hat. Sommerfahrplan, mal weiter. Nächste Unterschrift, Sommerfahrplan vom VfB. 6. Juli beginnt die Vorbereitung auf die Spielzeit 23-24. Am 9. Juli gibt es in Schwäbisch Hall dann so ein Testspiel gegen die Hohenlohe-Auswahl. Kann man sich auch Tickets holen für. Sehr nice, auch so Fan-Freundschaftsmäßig. Es gibt auch ein Testspiel zwischen der SSV Reutlingen und dem VfB. 15.07. Auch dafür gibt es Tickets. Und dann vom 17. bis zum 23. Juli geht es nach Österreich ins Trainingslager. Da ist auch ein Testspiel geplant. Dazu gibt es überhaupt noch keine Informationen. Und dann gibt es noch ein Testspiel in England. Also es klingt so, als gäbe es dieses Jahr, wahrscheinlich auch wegen Umbauarbeiten und so Geschichten in der Mercedes-Benz Arena, es gäbe es dieses Jahr nicht dieses große Spiel vor der Saison. Wir hatten jetzt Atletico, dann Barcelona, dann Valencia war es, glaube ich, letztes Jahr. Da war ich ja nicht im Stadion, aber Valencia war es, glaube ich. Das scheint diesmal nicht vor Ort zu sein. In Stuttgart, sondern eben im Ausland. Nämlich, haben die einfach hier einfach das Datum vergessen? Muss ich auf einen anderen Artikel? Perfekt. Hier, 5. August, Samstag, 5. August, bei Sheffield United, Aufsteiger in die Premier League. 13 Uhr, Ortszeit. Das heißt, das große Auflaufen in der Arena wird es wohl nicht geben. Und VfB gegen Balingen. Wir haben genau vor einer Woche quasi im Stream darauf reagiert. Auslosung, wir spielen beim Regionalligisten TSG Balingen im DFB-Pokal in der ersten Runde. Partie zwischen dem 11. und 14. August. Da ist eben auch die große Frage, wo wird das gezockt? Weil in Balingen sind es, glaube ich, irgendwie 8000 Plätze, die reinpassen. Oder Zuschauer, die reinpassen. Gibt es jetzt andere Geschichten? Gehst du zu den Kickers ins Stadion? Gehst du zu Reutlingen ins Stadion? Mercedes-Benz Arena gab es auch mal kurz im Gespräch. So Heimrecht, Wechsel. Aber klingt eher so, als würde man jegliche Zeit sich gerne nehmen, um da weiterzubauen. Und eben dann nicht schon quasi in der Woche vor Bundesliga beginnt, das Ganze ready zu haben, um da ein Pokalspiel auszutragen. So klingt eher so, als wenn man denn tauschen würde, was da, glaube ich, auch mal hieß, dass es bis Freitag die Entscheidung fallen sollte, merke ich hier gerade im Artikel. Und es ist einfach nichts passiert am Freitag, entspannt. Aber auch da auf jeden Fall noch die große Frage, wo wird es gespielt? Wirklich in Balingen oder in Reutlingen oder bei den Kickers oder so? Ich würde es gerade für unrealistisch halten, dass es wirklich in der Mercedes-Benz Arena verlegen. Also denkt mal schon, größere Stadion, aber nicht unseres. Wäre auch irgendwie unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Balingen sollte schon in irgendeiner Form ihr Heimrecht da weiter behalten. Sportvorstand ist das mit aktuellste wahrscheinlich. Und der nächste Unterpunkt, die nächste Unterschrift, Konsens über Sportvorstand. Aktuell der VfB drei Vorstandsmitglieder. Perspektive ist zwar eine vierte Person dazukommen, die das Sportressort verantwortet. Und dafür wurden jetzt im Aufsichtsrat die Weichen gestellt. Berichtet der Kicker, berichtet auch, dass bei Khedira vieles für den DFB spricht. Gab es ja auch das Gerücht. Die SN hat auch gesagt, dass Khedira ein Kandidat wäre für diesen Posten beim VfB. Wenn er eben nicht als sportlicher Leiter beim DFB anfangen würde. Puh, ja, ob das so geil ankommt. Ich weiß es ja nicht. Ich denke, die Radar jetzt auf so einen Posten zu setzen. Und alle meckern nur rum, dass er bei der Zone eigentlich am meisten rumsteht. Aber wer weiß. Und so wie es klingt, ist ja irgendwie eh DFB da interessant. Das heißt, der VfB wird sich auf Sportvorstandssuche begeben. Das ist natürlich auch die Frage, was da kommt. Haben auch hier Dirk Preiss geschrieben von der STN. Gesucht wird selten die beste Lust, sondern lieber jene, mit der alle am besten leben können. Mehr als Kompromisse kommen da selten heraus. Also es ist die Frage, was jetzt beim Sportvorstandssuche. Haben sich da was verändert? Ob es da besser wird intern beim VfB? Auf jeden Fall geht man da jetzt auf Suche. Ich glaube, erstmal eine gute Idee. Und so wie es auch geschrieben wird, möchte Alexander Werle so ein bisschen Aufgaben abgeben. Das sind wir, glaube ich, auch. Wie gesagt, ohne jetzt immer, persönlich sowieso nicht, aber ohne jetzt immer zu sehr diese Welle mitreiten zu wollen. Aber es sind, glaube ich, die meisten happy drüber, wenn er das tut. Und eben vor allem auch sportliche Kompetenz. Also du brauchst einen sportlich kompetenten Sportvorstand. Dann kann Werle vielleicht ein paar andere Aufgaben übernehmen. Oder einfach ein paar weniger Aufgaben übernehmen. Und sich ein bisschen auf seinen Fokus, bei seinem Fokus bleiben. Und dann mal gucken, was sich so tut. Ich glaube, richtige Namen wurden bisher noch nicht genannt oder spekuliert. Klingt auch so, als würden sie das bis zum Ende vom Jahr haben. Also lieber Zeit lassen, um was Gescheites zu finden, so wie es klingt. Auch besser so, glaube ich. Deswegen mal gucken. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, das uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten wird. Und zum Schluss von dem Abteil hier noch schöne Aktionen. Weil gerade Werle angesprochen oder jemand, habe ich hier auf Twitter gefunden, eine ganz schöne Aktion bekommen von Werle. Hatte sich ein Fan von VfB irgendwie über einen Einlass beschwert oder Einlassprobleme gehabt beim Hinspiel der Relegation. Und hat dann Werle eine Mail geschrieben oder hat irgendwie einem VfB eine Mail geschrieben. Und hat die schon nach einer Stunde noch am Abend beantwortet bekommen. Und dann neben einer persönlichen E-Mail mit, wie er schreibt, einer logischen Erklärung. Auch noch von Werle oder vom Verantwortlichen heute einen VfB-Schal in der Post gehabt. Und einfach eine schöne Aktion. Wie gesagt, nicht an die große Glocke hängen. Ich habe es noch auf Twitter gesehen und dachte, ey komm, ist mal ansprechenswert. Das ist eine ganz schöne Nummer gewesen. Dass du da eine Beschwerde äußerst. Freitag abends um sieben, wie er sich schreit, noch eine Stunde eine Antwort bekommst mit einer logischen Erklärung. Und dann ein paar Tage später einfach auch noch einen Schal geschenkt bekommst. Einfach eine schöne Aktion, die ich hier noch mit reinnehmen wollte. Dann machen wir weiter mit Transfersommer. Natürlich auch eine ganz, ganz große Kategorie. Unterschrift, sage ich hier mal, habe ich genommen weit weg. Oder halt einfach ein paar Gerüchte, die ein bisschen weiter weg sind. Aber zu Vollständigkeiten nehme ich sie mit rein, damit mir hier keiner nach ein paar Wochen sagt, wo kam denn der her? Und man kann sagen, jo, der war schon vor drei Wochen eine Gerüchteküche. Hier, Chauin Hacham haben wir hier aus Frankreich. Linksverteidiger, 20 Jahre alt. 800.000er Marktwert scheinbar ist vom 11. Juni. Gab nur eine kleine Quelle zu. Da ist wohl nicht viel mehr passiert. Vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr Bewegung rein. Sollte dann Bonasosa noch irgendwann wechseln. Bin mir gar nicht sicher. 11. Juni ist schon lange her. Vielleicht ist der auch noch vor Mittelstadt gewesen. Dann wäre das Thema auch komplett gegessen wahrscheinlich. Vipotnik ist einer, der sich doch schon ein bisschen länger gehalten hat. Zahn Vipotnik. 21 Jahre alt. Stürmer von Maribor. Aber auch Hoffenheim dran. Auch Gladbach dran. Wir wohl interessiert. Marktwert eine Million hier laut Sky. Aber wenn ich den richtig im Kopf habe, den richtig eingeordnet habe im Kopf, dann sind da andere Clubs weiter oder näher dran als wir. Dasselbe auch bei Onuacu. Paul Onuacu. Sowieso Marktwert, glaube ich, viel zu hoch. Das ist der, der aus, Gott, was war denn das jetzt? Gent, Geng, eins von den beiden auf jeden Fall, in die Premier League gegangen ist zu den Saints. Und da halt überhaupt nicht funktioniert hat. Aber davor eben richtig stark war in Belgien. Da ist wohl Gladbach viel, viel näher dran. Und wir haben mit Gerasi schon den teuren Stürmer oder vom Transferherr den teuren Stürmer geholt. Der ist dann wohl viel zu teuer für uns. Torwartabsage aus Dortmund. Auch länger her. Gab ein kleines Gerücht hier zu Meier, unserem Ex-Zweiten-Keeper. Da passiert aber nichts. Und wo auch nichts passiert, ist Timo Baumgartel. Da war ja schon mal ein Gerücht. Dann hieß es, nee. Also von der SCN hieß es schon länger her. Nö, wir haben kein Interesse. Dann hieß es von Sky nochmal. Ah, doch, haben sie vielleicht schon. Guck mal, der war bei Relegationsspiel hier im Stadion. Und jetzt kam nochmal raus, nee. Kein Interesse. Er will es wohl bei der PSV Eindhoven nochmal versuchen. So, größere Namen. Die nächste Unterschrift, Überschrift, wie auch immer. Wir haben das Mio-Gerücht mit Lenz, das auch schon ein Tacken länger her ist, wo auch nie was groß konkreter wurde. Lenz hat interessant, weil sie Zweiter wurden. Eine richtig geile Saisongespieler in der Liga. Da mit Champions League spielen würden. Aber da ist nicht groß viel mehr passiert. Opoku immer noch in den Gerüchten. Aber auch da wurde nichts konkret bisher. Einfach nochmal zur Nennung hier. Der Koulibaly ist jetzt aus der USA. Dann ein Gerücht von Abgang. Hiroki Ito. Tottenham. Aber auch da gab es bisher nur einen Artikel aus England. Tottenham wurde interessiert an Ito. Aber mehr da auch nicht. Nächstes Mal England oder der Nächste, der einen großen Money-Move machen könnte und bei dem es, glaube ich, noch, noch mehr passieren würde, ist es Konstantinos Mavropanos natürlich. Bei Nottingham Forest. Ich weiß gar nicht, war Nottingham Forest auch der Verein, der im Winter schon für ihn irgendwie fast 20 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Oder war es nochmal wer anders? Weil irgendein englischer Verein war ja auch nochmal dran im Winter an Mavropanos, was wir abgelehnt haben. Und da geht es dann darum, dass Forest irgendwie 10 Millionen zahlen will. Wir wollen 15 Millionen, schreiben sie hier. Auf jeden Fall viel zu wenig. 10 Millionen. Aber auch da gab es nichts weiter engeres zu. Die waren halt auch beide auch noch auf Länderspielpause jetzt aktuell, auf Länderspielreise. Wie gesagt, auch hier ganz generell, das Transferfenster läuft bis zum 31.08. Also da wird sich schon noch was tun, glaube ich. Interessant auf jeden Fall Keitel. Janik Keitel spielt auch bei der U21 jetzt mit bei der EM. Mittelfeldspieler und scheinbar auch nicht ganz abgeneigt von dem Wechsel vielleicht. Und da sollen wir interessiert sein. War ja schon mal das Kicker-Ding, wo es hieß, Müller geht rüber nach Freiburg. Und dafür haben wir hier Jong und Keitel und noch einen anderen, den ich ja auch gleich mit drin habe, wo ich den Namen gerade nicht mehr im Kopf habe. Das heißt, Keitel wohl durchaus eine interessante Nummer vielleicht im Mittelfeld. Aber auch da gibt es auch keine engeren Gerüchte zu. Frage, wie teuer wäre er und so Geschichten. Dann haben wir noch eins, was hier echt oft kam. Also oft von den gleichen Insidern genannt wurde, sag ich mal, auf Twitter. Nämlich Romano Schmid von Bremen. Romano Schmid laut Insider zum VfB. Ich glaube, es ist auch schon mittlerweile so weit, dass der schon irgendwann hätte kommen sollen oder so. Da sind schon richtige Daten genannt worden. Irgendwie jetzt heute wieder veröffentlicht oder so Geschichten. Es ist auch nichts passiert. Aber wie gesagt, einfach zur Vollständigkeit nehme ich ihn mit rein. Romano Schmid, 400 Millionen Marktwert bei Bremen. Jetzt auch, ja, ich weiß nicht, wie gut der wäre. Müsst du vielleicht mal Rienico nachfragen. Aber 33 Einsätze, zwei Tore, drei Vorlagen ist jetzt auch nicht die Welt. Das nächste ist Bresir, Jureka Bresir. Der Berater von ihm hat wohl nun ein Angebot vom VfB bestätigt. Der defensives Mittelfeld, 2,5 Millionen Marktwert. Spiel gerade auch bei der U21 EM und eben danach soll wohl eine Entscheidung getroffen werden bei ihm. Bei Gorizaz spielt er gerade, ist ein Kroate. Das heißt, da ein bisschen abwarten. Passt aber auf jeden Fall damit zusammen, was zu dem wir auch noch später kommen oder ich noch später komme, in der Kaderplanung. Auf jeden Fall ein interessanter Mann. Und das ist dann ganz aktuell. Bundesliga-Klub hat zwei Bayern-Stars im Visier. Und damit sind wir gemeint. Und laut der Bild, auch die STN mittlerweile hat es aufgegriffen, sind Alexander Nübel und Jan Sommer auf der Kandidatenliste bei uns. Aber wir suchen ja einen neuen Keeper, ist ja ganz, ganz klar. Damit man sein ein bisschen aufbauen kann und sowas. Und Bredo bleibt wohl auch. Dann haben wir quasi zwei und drei auch schon sicher. Und es geht wohl vor allem um eine neue Nummer eins. Sommer soll da wohl auch tatsächlich noch konkreter sein als Nübel. Ich kann es mir auch bei Nübel irgendwie nicht groß vorstellen. Ich glaube, Nübel möchte auch eher jetzt mal den festen Move, einen festen Verein haben. Weil Nübel kannst du ja auch nicht zahlen. Glaube ich nicht dran. Und dann wäre es wieder so eine Geschichte bei Nübel, dass du irgendwie sagst, wir leihen dich für zwei Jahre aus. Und danach übernimmt hoffentlich Simon oder so. Von der Planung her, den glaube ich eher weniger an Nübel. Wie gesagt, Sommer ist halt auch so ein Thema. Ja, wir hatten hier den Torwarttrainer Steffen Krebs, mit dem hat er auch schon in Gladbach zusammengearbeitet im Sommer. Wenn Neuer zurückkommt im Sommer dann quasi, dann ist wohl für Sommer auch der Stammplatz weg im Normalfall. Er möchte seinen Stammplatz aber auch nicht verlieren für die EM an Kobel bei der Schweiz im Tor dann, Nationalmannschaft. Klingt schon interessanter. Ob realistisch ist immer noch die nächste Frage. Weil neun Millionen gekostet im Winter. Kannst du jemanden wie in den Sommer ausleihen? Klappt das? Oder kriegst du denn für wenig Kohle gekauft von den Bayern? Die nächste Frage, wie viel Gehalt will der haben? Also es klingt für mich schon beides noch sehr weit weg. Wie gesagt, Nübel glaube ich noch weniger irgendwie dran. Ist auch bisher nur ein Gedankenspiel scheinbar, laut der Bild. Oder vielleicht auch nur ein Gedankenspiel von der Bild, wer weiß. Die schreiben Gedankenspiel der Stuttgarter. Tatsächlich glaube ich echt, dass Sommer ein bisschen realistischer ist. 34 Jahre alt, hat jetzt vielleicht seinen großen Move zu den Bayern nochmal. Diesen riesigen Top-Team-Move, ohne da jetzt Gladbach runterreden zu wollen. Da schon eher, dass du sagst, der macht nochmal zwei Jahre auf gutem Niveau bei uns. Danach macht er vielleicht irgendwo, ja, in der Karriere ausklingen lassen. Oder macht irgendwo Torwarttraining oder was auch immer in die Richtung. Das klingt realistischer als ein Nübel mit 26 Jahren bei Monaco. Ich glaube eher, dass der jetzt, wie gesagt, einen festen Klub haben will. Wo er fest irgendwie spielt, Stammkeeper ist. Einen festen Transfer sucht als die nächste Laie. Aber aktuell klingt das noch ein bisschen weit weg. Einen Sommer zu holen, klingt ein bisschen weit weg. Finanziell in so Geschichten. Aber ey, wenn er da entgegenkommen würde, sich da gute Modelle aufstellen lassen würden, wäre das schon echt ein krasser Move. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und zum Schluss von der Unterschrift hier noch. Antonis Aydonis. Ist ja, ich glaube, offiziell jetzt noch Spieler von uns. Irgendwie bis zum 31.06. dann oder 30.06. dann. Aber der Kollege ist ja weg und wird ablösefrei wechseln. Haben wir nicht verlängert. 22 Jahre alt und laut Sky-Informationen zeigt nun der griechische Erstligist Aris Tesaloniki Interesse an ihm. Vertrag bis 25 im Raum. Und dann mal gucken, wo es ihn hinzieht. Dann nächste Unterschrift. Ernst Therese, habe ich es mal genannt. Geschichten, die man vielleicht ein bisschen ernster nehmen kann oder die auch schon durchgegangen sind, wie hier zum Beispiel Mittelstädt, den ich ja auch schon im anderen Video mal angesprochen hatte. Deswegen hier gar nicht groß auf Mittelstädt eingehen. Aber Hoeneß lobt. Neuzugang Mittelstädt. Ein absoluter Gewinn. 500.000 Euro. Top-Deal schreibt hier auch die Bild. Laut der Klaus ist er 26 Jahre alt, Linksverteidiger. Und dann haben wir jetzt hier genau, das war der Name Robert Wagner. Das war der dritte, der genannt wurde vom Kicker, an dem wir Interesse haben sollten. Aber der Kollege wechselt von Freiburg zu Fürth auf Leihbasis. 19 Jahre alt, der Kollege. Simnicza ist zu uns gewechselt. Das war auch schon wieder ein bisschen länger her, dass das auch schon quasi von der SDN, glaube ich, war es, als fix gemeldet wurde. U19 aus Nürnberg kommt, also 19 Jahre alt. Da erst den Pokal gewonnen, der Union, den Vipokal der Union gewonnen. Und um ihm Spielpraxis zu ermöglichen, wird eine Laie angestrebt. Da gibt es auch noch keine Gerüchte zu, wo es da hingehen könnte. Florian Müller dürfte uns auch allen klar sein, dass der schon fix ist. Und spätestens seit dem 14. Juni ist er auch fix. Das ist auch was, was ich echt witzig finde. Und was auf jeden Fall hier mit rein muss, weil es ist nichts Neues für euch, dass Florian Müller zu Freiburg wechseln wird. Aber der VfB hat es sogar schon offiziell veröffentlicht gehabt. Am 14. Juni war es dann, glaube ich, wenn der Tweet hier auch vom selben Tag ist, hat der VfB auf Instagram schon den Abschiedspost zu Florian Müller hochgeladen. Hier gefällt zweimal, hat er einen Screenshot gemacht, hat direkt wieder gelöscht worden vom VfB, dass er zu Freiburg wechselt. Bei der Relegation nochmal im Tor war 49 Bundesligerspiele, alles Gute für die Zukunft, Flo. Ja, wurde aber wieder gelöscht. Jetzt gibt es hier die ganzen Geschichten von, der ist jetzt auch Flitterwoche gewesen mit seiner Frau und so. Deswegen zieht sich das ein bisschen. Aber ja, Florian Müller wird zu Freiburg wechseln. Das ist auf jeden Fall durch. Die nächste Frage ist, vielleicht kannst du ihn ja sogar irgendwie verbauen, den guten Florian Müller. Weil, was wohl auch sehr, sehr nah ist und passieren sollte oder passieren könnte, ist nämlich Wu Yeong. Wu Yeong Yeong. Ja, ich glaube, so ist es richtig. 300 Jahre alt von Freiburg. Flügel, auch so ein bisschen Kulibali ersetzt. Vielleicht ist dann auch da schon das Thema Oporco wieder zu. Wer weiß. Freiburg hätte gern 4 Millionen. Ist für uns zu hoch, die Summe. Hat noch Vertrag bis zur 25 dort. Hoeneß will ihn wohl unbedingt haben. Er hat ihn schon bei der U19 bei den Bayern trainiert, Yeong. Und genau, mit dem Spieler ist man sich wohl schon einig, laut der Bild. Nur, wie gesagt, an Transfersumme hängt es noch ein bisschen. Und da eben Müller. Vielleicht kannst du ihn ja irgendwie mit reinbauen, weil Müller soll wohl für 1,5 Millionen nach Freiburg wechseln. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was mit einbauen, zwischen Yeong und Müller. Irgendwie eine Kombination machen, quasi so ein Tauschtransfer und irgendeine Summe obendrauf. Wer weiß. Aber das sind so zwei Dinger zwischen Stuttgart und Freiburg, die wohl ziemlich, ziemlich sicher passieren sollen. Im Raum vielleicht auch bei Yeong eine Laie mit Kaufoptionen. Dann wahrscheinlich ein bisschen schwerer, daraus einen Tauschstil zu machen mit Müller. Aber ich glaube, die beiden klingen schon sehr, gut Müller sowieso, aber ich glaube auch, Yeong klingt schon sehr realistisch, dass das passieren könnte. Dann auch eine sehr, sehr geile Meldung, finde ich, weil ich bin ein Riesenfan, merkt er glaube ich raus, auch vorhin schon angesprochen, Hiroki Ito. Sein Vertrag, was ja auch immer ein Thema mit der Ablösesumme ist, wie lange ist noch jemand an den Verein gebunden, läuft wohl länger als gedacht. Kicker hat berichtet, der VfB hat wohl damals sich vertan oder irgendwie halt einfach verkackt bei der Vermeldung, Verkündung von der festen Verpflichtung von ihm im Jahr 2022. Ich habe nämlich geschrieben, dass die Vertragsläufe bis 2005 läuft laut dem, laut dem Kicker stimmt das nicht, sondern der Vertrag läuft bis 2026. Noch mal ein Jahr länger, der Mann ist noch für drei Jahre gebunden. Sie schreiben es hier auch noch mal, 400.000 Euro für die Ablösesumme nach der Laie damals. Das ist brutal, jetzt aktuell 10 Millionen Mark wert und auch sehr schön für ihn persönlich, er hat sein erstes Tor geschossen für die japanische Nationalmannschaft, natürlich, natürlich auf Vorlage oder Nachvorlage von Wataru Endo. gegen Peru, schöner Fernschuss mit links, läuft gerade für Hiroki Ito. Machen wir weiter mit Kaderplanung als Oberthema, Überthema, wie auch immer. Und der erste Unterpunkt ist, einfach mal ganz, ganz reingefragt, wo Geld, Fragezeichen, wo Geld, weil müssen wir auch ansprechen, war ein großes Thema die Tage. Hier hat einer geschrieben auf Twitter, Saison 2021, 2022 gut 26 Millionen Transferüberschuss, Saison 2022, 2023 gut 38 Millionen Transferüberschuss, weil, dürft man nicht vergessen, Ahamada auch für Dick Kohle gegangen im Winter, die vergisst man so ein bisschen aus der letzten Saison, also als Transfereinnahme. Und jetzt wird ja öfter mal berichtet, dass wir wohl 40 Millionen an Transfererlös erzeugen müssen, als Transferüberschuss. Manche formulieren es immer unterschiedlich. Und da ist halt die Frage, warum, warum, warum? Ich kann die auch nicht bis zum Ende beantworten, die Frage bis zum Ende, aber hier ein paar Themen angerissen, die oft mal genannt wurden. Nummer eins, hier auch wieder von Twitter, das Paket Labbadia, Khedira, Lahm, Gentner. Soll wohl sehr teuer sein, weil das Paket Labbadia samt seiner Trainer, Khedira, Lahm, Gentner, rund 10 Millionen zu Buche schlagen. Schreibt hier Frankie from the Land. Kennt ihr vielleicht, kennt vielleicht manche von Twitter, was man so hört, ist halt da die Quelle, wenn man so hört, dass er das Paket Labbadia samt seiner Trainer, Khedira, Lahm, Gentner mit rund 10 Millionen zu Buche schlagen soll. Ja, dann ist das, wie er es auch schreibt, halt einfach über unseren Verhältnissen. Plus, auch hier, hat hier Ricky geschrieben auf Twitter, Philipp Meisel von der SCN, genau das ähnliche, auch dann drunter quasi reagiert drauf, genau das gleiche, Personalkosten. Personalkosten ist wohl ein Riesenthema bei uns, sind wir auch recht hoch im Ranking in der Bundesliga, halt über unseren Verhältnissen, also höher im Ranking, als wir es halt in jeder sportlichen Mitarbeiter sind. Ich glaube irgendwie auf Platz 8, Platz 9 oder sowas, habe ich auch irgendwann mal gesehen, Personalkosten und halt, ne, sportlich auf Platz 16 gewesen. Auch da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwie 300 Mitarbeiter oder sowas haben wir mal gelesen, über 300 Mitarbeiter. Das ist einfach viel zu viel. Das ist viel zu viel, Personalkosten viel, viel, viel zu hoch scheinbar. Und immerhin das, auch manche andere Medien rudern da ein bisschen zurück und sagen, ja, wir brauchen einen Transferplus von 20 Millionen und quasi das ist kein, die 40 Millionen sind quasi dann die Einnahmen, aber halt kein Überschuss, also nicht, dass du quasi Transfers tätigst, aber halt 40 Millionen mehr einnimmst, als du dann ausgibst, sondern halt also insgesamt 40 Millionen einnehmen musst und dann halt einen Überschuss brauchst von knapp 20 Millionen. Und auch hier Ricky Palmer hat geschrieben, kann ich beim besten Willen nicht seriös beantworten, rechne mit einem Transferplus von 17,5 bis 22,5 Millionen und das klingt dann schon verträglicher und normaler. Mal gucken, wie es da bis zum Ende dann aussieht. Und auch natürlich ein Thema generell Geld und sowas, aber hier auch nochmal ein paar Geschichten mit rein, also auch für mich, ich verstehe es auch langsam einfach nicht mehr, ich verstehe es langsam nicht mehr, wie man da so arbeiten kann, dass du jeden Sommer so einen Transferplus machen musst, aber trotzdem ein paar Namen und irgendwann wird es auch einfach nicht mehr akzeptiert werden. Also diesen Sommer vielleicht noch, aber irgendwann kannst du halt nicht mehr sagen, wir müssen auch die nächsten fünf Transferfenster immer 30 Millionen plus einnehmen. Irgendwann wirst du damit nicht mehr ernst genommen. Irgendwann, ja, wird dahinter fragt und irgendwann lassen das auch Fans dann nicht mehr gelten. Ganz einfach. Aber einfach ein paar Themen nochmal, die auch bekannt sind, aber einfach die wir haben und eben auch vielleicht haben zu anderen. Vor allem, weil viele sagen, oh, guck mal Schalke an, die können auf einmal dick ausgeben. Oder guck mal Bremen an und sowas. Ja, aber Unterschied da, die haben noch länger als wir irgendwo europäisch mitgespielt. Schalke noch irgendwann Champions League vor ein paar Jahren. Klar, die haben auch da generell schon viel Scheiße gebaut. Die werden auch finanziell nicht geil dastehen. Sowas ja auch nicht. Plus eben auch der große Vergleich zu anderen im Abstiegskampf immer wieder. Aber wir hatten zwei Abstiege. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen ein Versuch jetzt von mir. Jetzt nichts irgendwie Offizielles. Aber ein Versuch von mir, mir ein bisschen herzuleiten, woher das kommt, dass wir weiterhin so Scheiße dastehen. Wir haben ja generell seit Jahren Scheiße gearbeitet. Ich weiß, diese Brandrede von dem Dutt damals, 2015 oder wann es da war, seit Jahren Scheiße gearbeitet. Dann hatten wir eben zwei Abstiege, statt nur einem. Wie andere zum Beispiel, wie Schalke, Bremen und sowas. Wir hatten zwei Abstiege, 2016 und 2019. Plus eben Corona-Einbüßen. Wir hatten einen Abstieg und dann in dem Abstiegsjahr oder in einem Jahr nach dem Abstieg hast du auch noch Corona drin. Wir haben auch größere Stadien als andere Vereine zum Beispiel. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wieder Augsburg nimmst oder Union nimmst oder was auch immer. Da fallen halt deutlich, deutlich mehr Ticketeinnahmen weg in einem 60.000er Stadion als in einem 30.000er Stadion. Ich weiß, die Beträge jetzt gar nicht mehr genau, aber haben auch oft genannt, da sind richtig dicke Corona-Einbüßen drin, allein was Ticketing und sowas angeht. Dann bei uns, was auch die ganzen anderen Vereine nicht haben oder zumindest mal nicht in der Form haben, Stadienumbau, der auch sau-sau teuer sein soll. Plus eben auch durch den Stadionabbau haben wir auch jetzt wieder immer 12.500 Tickets weniger und eben auch die ganz dicken VIP-Tickets vor allem weniger. Klar, wir haben jetzt ein komisches Zelt da irgendwie jetzt außerhalb der Arena. Aber auch da gehen dicke Einbüßen rein oder einfach fehlende Ticketeinnahmen rein, was beim Rest auch nicht so ist. Das sind halt die ganzen Themen. Das sind die ganzen Themen. Natürlich werden wir auch gerade viel falsch machen. Personalkosten, die ganze Konstrukt mit Labbadia, wieder vier verschiedene Trainer gehabt über die Saison, die ganzen Geschichten. Aber das vielleicht so ein bisschen als Anreiz, als Versuch sich zu erklären, warum wir immer noch so viel Plus machen müssen. Aber wie ich auch gesagt habe, verstehen muss man es nicht. Klar, also akzeptieren muss man es, so doof gesagt, aber andersrum gedreht, akzeptieren muss man es als Fan halt auch irgendwann nicht mehr, was die Scheiße soll. Und man rafft es halt nicht und man will es auch nicht und es nervt einfach zu hören, jeden Sommer, ey, du musst deine Topspieler abgeben, du musst drei Topspieler abgeben für 40, 50 Millionen, kannst aber halt deine drei Topspieler insgesamt für 5 Millionen nur ersetzen, dann bist du halt irgendwann am Arsch. Dann bist du halt am Arsch. Wenn du diesen Sommer einen Sosa abgibst, einen Mafropanos abgibst, im schlimmsten Fall noch einen, keine Ahnung, einen Gerasi abgibst oder so, wie gesagt, Worst Case, keine Gerüchte dazu, einfach Worst Case, die drei Topspieler abgibst und sagst, ey, schön, Geld ist da, jetzt ersetzt sie dreimal bitte für 5,5 Millionen, dann wird es halt schwer mit einer sportlichen, ja, mit einem Level, das du halten willst, sportlich, mit einer sportlichen Konkurrenzfähigkeit. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema. Kommen wir zur nächsten Unterschrift mit Kader. Da jetzt so ein bisschen Geschichten zu Kader, Achse und sowas, Nummer 1, Leihspieler, auch einen Ticken länger her, bei den meisten auch recht klar, wie es aussieht. Thomas wurde schon kommuniziert, dass der er verlässt. Sanko macht die Vorbereitung mit, darf sich zeigen, aber hier tippen die meisten Medien auf eine Laie wieder mal. Selbe auch bei Fahir, darf sich zeigen, aber vermutlich Laie. Massimo soll verkauft werden, Klimovic soll auch verkauft werden oder eben verliehen werden, hier haben wir, was halt funktioniert. Mola soll auch verkauft werden, Sisee soll verkauft werden, Münst wohl erneut verliehen und Bayers auch erneut verliehen. Das sind so die Dinger zum Abhaken und hier VfB Kaderplanung, diese Profis sollen unbedingt bleiben. Wir haben so eine kleine Achse jetzt hier, die immer wieder berichtet wurde, hier vom SWR zum Beispiel. Kapitän Vataro Endo, Torjäger Seru Girasi, Abwehrmann Hiroki Ito, Abräumer Atakan Karaso und Relegationsheld Enzo Mio. Die wurden hier genannt als unverkäuflich. Auch wieder das gleiche Thema zu Mio vorhin, das kleine Lenz-Gerücht oder Lanz-Gerücht, wie man das da ausspricht, vom 20 Jahre alten Mio. Magdorf 7 Millionen hoch, also Interesse wird da schon da sein, aber den wirst du schon halten müssen und er darf auch dann meine gesamte Sessort zeigen, was er drauf hat. Die Bild hat auch so ein bisschen eine Achse gepostet vom VfB, da ist auch noch ein Pregto dabei, auch ein Anton dabei und auch ein Silas tatsächlich, aber eben einfach wahrscheinlich Silas als Achse gemeint, also ohne Silas doof angehen zu, weil wir in der Folge hier vielleicht, aber vielleicht eher bei Silas oder Achse mäßig im Sinn von die werden nicht abgegeben und die gehen auch nicht, weil ich glaube bei Silas geht es eher darum, dass er auf jeden Fall nicht geht, als dass er bei uns nächstes Jahr irgendwie 34 Spiele macht, also gesichert 34 Spiele macht. Auch sehr wichtig, Endo, Vertrag läuft ja bis zur 24, da soll es laut dem Kicker die ersten Gespräche geben haben und man will verlängern, richtig und wichtig und du musst den auch verlängern, sonst wird es irgendwann eng, zeitlich und Wataru Endo bleibt mal dabei, nicht nur bei uns Kapitän, er ist nun auch Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, einfach ein geiler Typ, fertig aus, geiler Typ, Legendo, jetzt auch sogar da Kapitän, absoluter Boss und, ne, Thema Pressier vorhin angesprochen, ähm, weil es vielleicht Thema werden könnte, laut, der, laut dem Kicker, wird ein Nebenmann für Endo gesucht, als Konkurrent für Atakan Karasor, also, es gibt glaube ich auch keine Abgangsgerüchte zu Karasor, würden gerade auch nicht abgeben wollen, wir haben vorhin kurz den Marktwert, da eine halbe Million gesunken ist, warum auch immer, wir hatten mal Gerüchte mit, äh, Galatasaray und sowas im Winter, glaube ich, äh, aber scheinbar soll einer kommen, der, ähm, ihm so ein bisschen Konkurrenz macht, auf dem Posten, neben Endo, sicher auch nicht ganz verkehrt, ähm, Gerasi, auch hier Hoeneß hat gesagt, ist positiv, ehrgeizig, echter Führungsspieler, letzten Spiel haben gezeigt, wie sehr er sich mit dem VfB identifiziert, ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt, auch das, eine sehr wichtige Aussage von Hoeneß hier, und Gerasi auch, hat hier sogar jemand irgendwo, international quasi gepostet, wie es bei ihm letzten Spiel da aussah, er hat in den letzten, zehn Spielen, also aus den letzten zehn Spielen, hat er in neun Spielen, immer mindestens, einen Assist und ein Tor gesammelt, gegen Gladbach Tor, Assist gegen Frankfurt, Hertha Tor, Leverkusen Tor, Mainz Tor, Hoffenheim Nix, Hamburg Hinspiel Tor, Hamburg Rückspiel Assist, und jetzt auch Länderspielphase, Ägypten Tor und Brasilien Tor, wir haben da wirklich, ja, jetzt kommen wir wieder mit der, das kommen manche, vielleicht mit der Riesenchance gegen Hamburg, und der verschossene Elfmeter gegen Hamburg im Hinspiel, ja, okay, aber wir haben hier ein Kaliber an Stürmer, dem wir uns, glaube ich, so ein bisschen bewusst werden dürfen, oder sollten, wie auch immer, ohne ihn jetzt so hochheben zu wollen, 14 Millionen Mark wert, hat eine Bombensaison gespielt, Verletzungen waren ein Riesenproblem, sonst hätte er noch einen höheren Torschnitt gehabt, wahrscheinlich elementar wichtig, auch das Tor gegen Brasilien, war einfach so ein, einfach ein Top-Stürmer-Tor, Flanke, geiler Kopfball durchgesetzt, Wucht, Präsenz, drin, der ist auch ein bisschen älter schon, Gerasi, einfach, oder, ich sag mal nicht älter, einfach erfahrener auch, hat bei, bei Renner auch schon überall gezockt, Europa League und so Geschichten, einfach geil, ich glaube sogar Champions-League-Berinnen, weiß gar nicht, auf jeden Fall einfach geil, einfach ein geiler Typ, auch hier nochmal gezeigt, wie gesagt, 9 von 10 Spielen, Tor oder Vorlage, der Mann ist komplett, da, Gerasi und Feier hat das sogar geschrieben, hier auf Twitter, 14 Millionen Mark wert, also jetzt sogar 5 Millionen mehr, der Mark wert, als wir gezahlt haben für ihn, wir haben da einen Top-Stürmer, an der Hand, und hoffentlich bleibt er fletzungsfrei und eben auch hoffentlich bleibt er bei uns, Wohlgemut, noch keine Angebote für Sosa und Mafropanos, das sind also die beiden Hauptabgangskandidaten, weil Mafropanos hier schon lange, der geht und bei, hier, Sosa hier ist es auch immer, hat sich schon verabschiedet und so und wird diesen Sommer auch gehen, schreiben wir auch nochmal die Bild eben im Zusammenhang mit der finanziellen Lage, schreiben wir auch nochmal, wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie, 90 Millionen Euro Umsatzverlust, also die nennen hier nochmal die Zahlen, sagen auch hier Mindereinnahmen wegen Stadionumbau, bin ich gerade gar nicht sicher, ob das nochmal zu vervollständigen, Stadionumbau kostet uns irgendwie 50 Millionen, war das nicht irgendwie so im Dehndreh, oder übernimmt die Stadt 50 Millionen und wir zahlen irgendwie 35, 40, auf jeden Fall kostet es insgesamt so grob 90 Millionen Euro, der Stadionumbau und wir zahlen, bin ich gerade nicht sicher, entweder 35 oder eben 50, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Kohle, um das nochmal zur Vervollständigung mit reinzunehmen, zu dem kurzen Wo-Geld-Part von vorhin und die beiden sollen eben interessant sein oder sollen abgegeben werden oder müssen abgegeben werden, je nachdem, wie es welche Medien zuspitzen wollen, festgeschriebene Ablösesumme gibt es wohl bei Mavropanos, bei rund 25 Millionen, aber laut der Bild soll sie es auch da eher bei 15 bis 20 einpendeln, statt bei den festgeschriebenen 25 Millionen und dann jetzt noch ein paar Infos aus dem Sky-Transfer-Update, Gerasi hat wohl eine Ausstiegsklausel, hat glaube ich die STN auch geschrieben, dass sie eine Ausstiegsklausel haben bei Gerasi, macht glaube ich auch für Gerasi nur Sinn zu sagen, yo, ich bleib bei euch und so und wie gesagt, weiter eine geile Aktion, den zu holen, auch vom Relegationsspiel geholt zu haben, auch in dem Wissen geholt zu haben, ey, wenn wir absteigen würden, wir könnten ihn für Dickgeld verkaufen, weil er eben uns gehört und sowas, was zum Glück ja nicht eingetreten ist, weiter Erste Liga, die liegt wohl laut Sky bei circa 20 Millionen, ja, ja, 9 Millionen gezahlt, 40 Millionen Mark wert, 20 Millionen, da hätte es vielleicht ein bisschen mehr noch rausholen können in der Wunschwelt, aber ey, wenn da irgendjemand, irgendein Verein herkommt und für Gerasi 20 Millionen auf den Tisch legt, kannst du dich auch nicht riesig beschweren, also das ist halt die kleine Restgefahr bei Gerasi, dass wirklich irgendein Verein kommt aus England, wo auch immer, und 20 Millionen auf den Tisch legt, unverkäuflich ist halt keiner bei uns, ähm, Preisschnitt bei Sosa, wie auch vorhin schon angesprochen, laut Sky bei circa 12 Millionen, aber zu Sosa, wenn wir verpacken, zumindest das kurze Nottingham-Forest-Gerücht, zu Sosa gibt es ja wirklich noch überhaupt kein Gerücht, nichts, überhaupt nichts, klar, wie gesagt, Energy-Pause und wir haben noch zwei Monate Zeit, aber ich glaube, Sosa kann wieder ein Transfer werden, der länger dauert. Letzten Sommer war ja auch irgendwie bis kurz vor Schluss noch möglich, dass er wechselt und sowas, bis zum Deadline-Day möglich, dass er vielleicht noch geht, ähm, also ich glaube, Sosa können sie wieder ziehen, weil, mal gucken, ob sich da groß überhaupt ein Markt aufmacht für Borna Sosa für den großen Wechsel, Mafropanus-Preisschild nennt Sky auch hier bei 20 Millionen, fände ich auch in Ordnung, eine 2 davor oder nahe nur 2, 3 bei Mafropanus, fände ich auch okay, nicht weil, nicht weil das mein Wunschdenken ist, ich hätte auch viel lieber 25 bei Mafropanus und 20 bei Sosa, aber einfach das, was gerade so berichtet wird, was wohl möglich ist, muss ich eben auch damit so ein bisschen anfreunden dann, ähm, generell, es müsse einfach ein paar Dominosteine fallen, vielleicht ist ja auch Inter-Mailand in irgendeiner Form interessiert, ein Borna Sosa sollte jetzt wirklich großens zur Union gehen, ne, so ein paar Dominosteine, ne, hier Kim zum Beispiel auch, der jetzt die Bayern wechseln wird, so wie es aussieht, von Neapel, dann ist da am Platz frei, ich glaube, wir hatten ja auch Neapel-Gerüchte mit Mafropanus und mit Ito mal irgendwann, weiß gar nicht mehr, im Winter, ich glaube, irgendwann einfach zwischen, einfach in der Rückrunde irgendwann die Gerüchte gehabt, mal kurz, einfach so ein paar Dominosteine, so ein paar Dominosteineffekte, die werden halt noch kommen, ähm, ist halt trotzdem auch wieder Thema Geld, krank zu lesen, wenn hier Sky schreibt, nach Sky-Informationen der VfB aktuell nicht in der Lage, Transfers um über zwei Millionen Euro zu realisieren, über zwei Millionen, klappt gerade nicht, ne, das ist ja auch bei Young, vier Millionen ist uns zu teuer, weil wir es gerade wohl nicht zahlen können, also wir sind wohl scheinbar sehr, sehr auf diese Spielerverkäufe, äh, angewiesen, ähm, und, zum kleinen Transfer-Fazit bisher, weil auch da manche, ich sag mal, nicht meckern, oder ich einfach schon oft gelesen hab, boah, guck mal was Schalke, guck mal wie die und die schon Randale auf dem Transfermarkt machen, es fehlen bei uns halt gerade noch die Abgänge, es fehlen die Abgänge, deswegen passiert da nichts, nichts großartig, aber eben auch, gleichermaßen, es ist ja nicht so, als wäre bisher nichts passiert, kurze, kurzes Fazit, was passiert ist, Milosevic ist gekommen, das ist ein Transfer für den Sommer, ich glaube 1,2 Millionen war das ja, du hast Gerasi gekauft, als großer Transfer, 9 Millionen zu zahlen ins 5 VfB, nicht wenig, du hast, die drei Abgänge schon, sicher, also die Zukunft quasi da schon geklärt, bei Koulibaly, bei Aydonis und bei Thiago Tomas, plus die ganzen Leihgeschichten, die dann alle zurückkommen, musst du damit umgehen und überlegen, was du da machst, Makliza hast du schon gekauft, die Rückkaufoption gezogen, auch wenn es jetzt kein riesen Name ist, aber da hast du auch schon getätigt, plus du hast Mittelstädt schon geholt, auch ein Transfer, auch ein Kadertransfer, auch schon geholt, das Müllerding, wie gesagt, ist schon quasi, ist schon fix, oder wurde schon kurz auf Insta fix gemacht, plus Yeong sieht ja auch schon sehr, sehr gut aus, also es ist schon was passiert bisher, also noch nicht die 10, 15 Transfers, aber es ist auch nicht so, als wären wir bisher komplett untätig gewesen im Transfersommer und zwei Themen noch, die ich auch erst so ein bisschen mitbekommen habe durch Twitter, weil ich da nicht so groß drauf geschaut habe, bisher war es auch interessant werden könnte, für die Rückrunde dann, zu 24, es gibt ja Asia Cup und Afrika Cup, gibt es ja und der Asia Cup läuft vom 12. Januar 2024 bis zum 10. Februar 2024, bin mir da gerade gar nicht unbedingt sicher, ist da auch Japan mit dabei, da bin ich jetzt gerade ein bisschen lost, leider, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen, ja, Japan ist natürlich dabei, aber es ist die Frage, ob da, gut, Japan ist dabei, das heißt, du hast dann vielleicht echt die Möglichkeit, je nachdem, wie du die abstellst, ich weiß nicht, ob du da Abstellungspflicht hast und so Geschichten, also das Thema kam auf jeden Fall, deswegen gerade so ein bisschen verhaspelt, sorry, das Thema kam eben durch Yeong, weil es ja auch da diese Regelung gibt, dass du irgendwie entweder sportlich was geleistet haben musst, irgendein Level erreicht haben musst, in irgendeinem Turnier als Südkoreaner oder eben Militärdienst ableisten musst, das gibt es ja auch noch, aber eben rund um Yeong kam das mit rein, dass eben dann die Möglichkeit besteht, dass der vom 12. Januar bis zum 10. Februar nicht dabei ist, nicht dabei sein kann für die VfB-Spiele, plus eben natürlich auch, ich habe keine Ahnung, wie es da mit Abstellungspflicht aussieht, dasselbe ja auch bei Endo und Ito, dasselbe auch bei Endo und Ito, also das ist auf jeden Fall eine spannende Nummer, was du da gucken musst zum Beginn der Rückrunde, wenn Endo und Ito fehlen da für, keine Ahnung, was das nennen wir uns hier, vier Wochen, das ist schon hart, ich habe gerade nicht groß im Kopf, wie viele Spiele es sind in der Bundesliga dann, aber irgendwie zwei, drei werden es schon sein, plus eben auch Afrika Cup, der wird auch Januar und Februar 2024 gespielt werden und da ist ja sehr wahrscheinlich dann auch Seru Girasi mit dabei, mit Guinea ist es glaube ich, ne, das ist schon krass, also da könnten möglicherweise zu Anfang der Rückrunde einige sehr, sehr wichtige Spieler bei uns wegbrechen, das ist auf jeden Fall interessant, das zu verfolgen. Und zum Schluss noch ein paar gemischte Werke, Nummer eins, wir haben zwei Abgänge gehabt und auch zwei Abschiedsnachrichten gehabt, nämlich einmal Thiago Tomas, der wirklich einen sehr, sehr schönen Abschiedstext geschrieben hat und eben auch am Ende vor allem die Kanjala Kurve nochmal gelobt hat, you are a big part of the club and that's why we are such an iconic club, nennt uns einen ikonischen Verein und Kanjala Kurve wichtig und die Fans sehr wichtig, ein schöner, schöner Abschiedstext, Koulibaly, auch einen schönen Abschiedstext mit den Fans und so Geschichten bei ihm, vor allem auffällig, dass er sogar geschrieben hat, hier quasi Danke an, Missentat, für sein Vertrauen und seine Ratschläge, wo er sich sicher ist, dass sie ihm helfen über seine Karriere hinaus, also auch sehr interessant, dass er ihn ja nochmal mit reinnimmt, der ihn halt vor vier Jahren geholt hat und schon gar nicht mehr da ist, aber er erwähnt ihn, finde ich auf jeden Fall auch interessant, auch einer, Thiago Missentat, der zu ihm geht, zu Ajax Amsterdam, ist Lesser, Max Lesser, wechselt vom VfB zu Missentat, zu Ajax Amsterdam, Videoanalyst, geht darüber, und auch ganz brandaktuell, Joscha Wagnumann ist dabei, bei der U21-Nationalmannschaft, auch schon ein Spiel gemacht, in der EM, ein 1 zu 1, unglücklich, ich habe ein bisschen was davon gesehen, unglücklich, leider, zwei Meter verschossen, so Geschichten, sehr schade, ich glaube, heute Abend ist es nochmal, wenn ich es hochlade, kommt es erst noch, oder es ist schon gekommen, das Spiel, keine Ahnung, vermutlich kommt es erst noch, wahrscheinlich schaffe ich es noch, davor hochzuladen, das zweite Gruppenspiel, von U21-EM, auf jeden Fall auch geistig, das reinzuziehen, glaube ich, weil gerade bei der deutschen Nationalmannschaft, gerade, also die A-Nationalmannschaft, gerade echt keinen Bock macht, echt keinen Bock macht, ist das umso cooler, müssen auch gewinnen, dann heute Abend, glaube ich, Tschechien ist es dann, erstlich, dann müsste dann Israel gewesen sein, und dann haben sie noch das große Topspiel gegen England, was da teilweise rumrennt, kurzer Exkurs, was da teilweise rund rennt, bei England und bei Frankreich und so, ist ja komplett abartig, was da rumrennt bei U21-EM, also auch interessant sich das anzugucken, wer ein bisschen Fußballentzug hat, in der Sommerpause, und auch sehr wichtig, weil es eben Mokoko waren, und ein Gangkamp waren, die beiden Fähler verschossen haben, wie so oft, ist ja das Schlimme, es schockt einen schon fast nicht mehr, es ist fast vorprogrammiert, wenn schwarze Spieler irgendwas falsch machen, oder irgendwie groß machen, wir waren aber auch damals bei England, Italien gehabt, beim FC Wiederschießen, jetzt eben auch, ist fast leider vorbereitet, damit das dann eben rassistische Sachen kommen, Hetze kommt, Hass kommt, und da hat es da DFB jetzt wirklich auch mal ein richtig, richtig, richtig knackiges Statement rausgekommen, endlich mal richtig Klarheit gezeigt, nein klar, ist auch in Anführungszeichen nur ein Statement, aber sie wollen auch gegen Leute vorgehen und sowas, und auch hier ist sowieso, brauche ich eigentlich gar nicht sagen, aber es ist sowieso zu 100 Prozent komplett zu verarbeiten, wer sogar Äußerungen tätigt, deswegen dadurch hier, ich lese es mal noch mit vor, das Statement unserer Nationalmannschaft, lassen, nee, unsere Nationalmannschaften, lassen gemeinsam ihr Herz auf den Platz, füreinander und für Deutschland, wir lassen nicht so, dass man sie durch Hass, Hetze und Rassismus spaltet, diejenigen, die gestern nach dem Spiel der U21 diskriminierende, beleidigende und menschenverachtende Kommentare gegen einige Spieler verfasst haben, möchten wir sagen, und das ist das krasseste an dem Statement, ihr widert uns an, endlich mal in dieser Klarheit, endlich mal in dieser Klarheit, wichtig und richtig, ihr seid keine Fans, euch brauchen wir nicht, euch wollen wir nicht, eure Äußerungen werden wir strafrechtig verfolgen, seid euch sicher, ihr werdet nie gewinnen, denn wir sind mehr, wir sind offen, vielfältig, bunt und verdammt stolz drauf. Sehr, sehr starkes Statement auf jeden Fall, zwei haben wir noch hier in der Pipeline, der VfB hilft helfen, ist die Überschrift, mit einer besonderen Kollektion, Kollektion zugunsten von Stelb, der Erlös kommt Hilfsprojekten zugute, eine kleine Mode-Kollektion quasi, holt mich jetzt die Zeiten technisch nicht krass ab, natürlich auch nicht wirklich billig, hast du ja auch schön Timo Hildebrandt mit dabei und sowas, glaube ich, der das auch mit quasi vermarktet hat oder auch eben Insta-Sorys und so gemacht hat dazu, auf jeden Fall eine schöne Aktion, also 100% ist jetzt seit zwei Tagen, also seit Freitag im Online-Shop, aber ja, ist halt wie immer teuer, aber wie gesagt, kommt halt auch einem guten Zweck zugute und das allerletzte noch, von Ricky Palmer nochmal zum Abschluss, die hatten ja kurz ein bisschen Wirbel gemacht, weil sie irgendwie so interviewmäßig was gepostet haben, so Kamera gepostet haben, aus dem Fanprojekt, alle dachten, boah, jetzt kommt STR zurück, ging um ein Interview mit dem SPR, mal gucken, wann das kommt, aber die beiden haben sich jetzt wohl festgelegt, Sebastian und er, die beiden von STR, sind sich einig, STR muss weiterleben, wir sind dran, die wollen auf jeden Fall eine Lösung finden, damit STR wieder zurückkommt, der Podcast, können wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Dann würde ich sagen, war es das hier, wieder ein längeres Ding, ganz klare Geschichte, schön auf den Sonntagabend, Sonntagnachmittag, gerne wie immer zu allen Geschichten, eure Meinung in den Kommentaren und dann nächste Woche auch ein paar interessante Geschichten, wenn wirklich das Trikot kommt oder vermutlich das Trikot kommt, wird das eine geile Geschichte, am Freitag ja auch, müsste es sein, am Freitag kommt der Spielplan raus schon, für die Bundesliga, auch sehr, sehr geil und sonst, bei mir stehen auch noch ein, zwei Sachen an, Saisonfahrt in irgendeiner Form, plus natürlich auch so ein bisschen Zusammenfassung oder wie ihr das kennt, so ein musikalischer Zusammenschnitt von hier Stadion Vlogs und Stream Highlights, keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, wann das kommt, kann ich mich jetzt hier nicht festlegen, will ich auch nicht, um irgendwie, keine Ahnung, mich dann am Ende korrigieren zu müssen und irgendwelchen Angaben von das kommt dann, das kommt dann, deswegen einfach, wenn es kommt, dann kommt es und würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, hier natürlich wie immer viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.